Dispersa Du bist ein Meister in Anschleichen und kommst aus dem Nichts, wie ein Ninja Feind Dispersa Dir ist die Feuerkraft egal Die Reichweite ist das, was für dich zählt Juniorkleckser Du bist wahrscheinlich ein Anfänger Oder jemand wird über 1000 Spielstunden Airbrush Dein Liebesmodus sind eventuell Revierkampf und Herrschaft Kleckser Reliefs Basics Um Wasserpistolen Kurzer Stopp Können wir mal bitte eine faktische ignorieren Dass es einfach 5 Kleckser gibt Okay, 2 sind zwar die gleichen Nur mit einem anderen Design Aber egal Jeder Klecksman be like 2.50 Gallon Du liebst diese Waffe wegen ihrer Vollkraft Wenn die Schüsse mal treffen würden 96 Gallon Du liebst diese Waffe auch wegen ihrer Vollkraft Und wegen ihrer Reichweite Wenn die Schüsse auch mal treffen würden Endset Nicht du spielst die Waffe Die Waffe spielt dich Was? Profi-Kleckser Du spielst die Waffe höchstwahrscheinlich mit Mainpower Up Platscher Du spielst die Waffe Du spielst die Waffe entweder wegen der Reichweite Oder weil du mit Sniper nicht umgehen kannst L3 Tintenwerfer Du hast Fingerschmerzen und du hörst Spam der ZR-Paste S3 Tintenwerfer Mal triffst du nichts Mal triffst du alles Quetscher Du bist zu Neues putzert ein Triader Und du stehst auf Getränke 健abгу Du hast gehst